Das Linksabbiegen bei einer grossen Kreuzung ist wieder ein Spitz anders. Genauer gesagt, dort, wo es zum Linksabbiegen in der Mitte eine extra Fahrspur mit Pfeilen am Boden hat. Am Anfang machst du es gleich wie immer. Ja, ja, schon klar. Hinter schauen, Armzeichen geben und Einspuren. Die grosse Frage kommt erst jetzt. Wo muss man sich positionieren? Schauen wir das mal genau an. Ganz links? Ja, nicht. So fahren nämlich andere Fahrzeuge neben dich hin. Ihr bügt gleichzeitig ab und es gibt einen Crash. Und rechts? Auch schlecht. Dort wirst du zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt. Und dann ... Gute Nacht um 6 Uhr. Die Richtung ist also ... Tada! Schön in der Mitte. Das ist die einzige sichere Spur. So kann kein Fahrzeug von hinten an dir vorbeifahren und dir in den Weg kommen. Weil alle sehen, dass sich abbiegen will, braucht es auch kein Armzeichen mehr. So schafft man auch grosse Abzwiegungen. Das stimmt. Schreibt es auf dem Schraub. Vielen Dank.